Jau 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 Servus Leute ich bin mal wieder euer tj ähm ja letzten video haben wir die Taskmaster äh Taskmaster die äh aufgaben erledigt und haben ihn zum ersten mal mal fertig gemacht und danach haben wir die nebenmission gemacht die geiste zu befreien und jetzt sind wir hier bei Doc Ock davor also machen wir weiter viel Spaß mal anschauen leute hoffentlich geht der dr. gut hallo parker genau rechtzeitig zum feiern moment wo sind die arme wie cool aber wie haben sie intrakranielles neurales netzwerk neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer nanosekunde schneller als signalübertragung im gehirn oder zu einer externen prothese das ist Peter und niemand kann uns das mehr nehmen unglaublich und ihre arbeit am neuralen netz war der schlüssel aber es ist noch nicht mal getestet es sind noch so viele fragen offen es funktioniert wunderbar kommen sie sehen sie oh man das ist beeindruckend ein kleiner fehler spannungsspitze es ist schnell erledigt glatt aus äh, minus 1 dann so rum so mal sehen, ob das geklappt hat schwere Fehler oh nein, schlimmer als ich dachte Doktor Octavius was haben sie getan oh nein nicht doch Mist, die Spitze ist kaskadierend weiß nicht, ob ich das schaffe hm lass mich mal kurz überlegen das ist die Spitze ist, ich kann mit mir ist Komm schon. Oh, Gott. Das ist übel. Doktor? Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert Ihre Motorneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile Ihres Gehirns haben, Ihre Hemmungen, Ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests. Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. 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 Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. 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 Wirklich alles okay? Ja. Danke, Peter. Für... Für alles. Ah, Mann. Wir schalten jetzt live zum Grand Central Terminal, wo Bürgermeister Osborn vor die Presse treten wird. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn Sie wählen, denken Sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Lügner! Oh oh. Du hast keine Ahnung, was dir blöd. Das ist gar nicht gut. Hm. War doch irgendwie klar, oder? Mann. Das ist gar nicht gut. Oh, oh oh. Komm. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute, was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich hier ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Okay. Wo ist der Koffer? Da unten? Oder da oben? Halt. Die Siege, die Dämonen. Mach ich jetzt mal. Tatmütze. Flitwunsch, Captain. Du hast den Rathausbomber. Wir haben ihn. Ist doch Jacke wie Hose. Ich will sagen, dass du in letzter Zeit wirklich Gas gegeben hast. Du solltest Urlaub machen. Ich bin nicht so der Urlaubstyp. Aber wenn wir den Rest von Lee's Leuten haben, mach ich das vielleicht. Kein Flug. Kein Koffer. Nur mal richtig ausschlafen. Oh, du weißt, wie man feiert. Aber hey. Jeder wie er kann. Oder auch nicht. Hast es dir verdient. Okay. Okay. Hey, yo. vielleicht mal hier. Und noch mehr. Du kriegst ein Dämon, du kriegst ein Dämon. Jeder kriegt ein Dämon. Was noch jemand? Wo denn? Wie geht der Dämon? Der Dämon? Der Dämon. Der Dämon. hey die dämonen werden frech hat aber spaß 24 haben eine bombe in einem auto ich muss sie aufhalten leute 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 klar paraden sind toll doch nicht ohne genehmigung station ja 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 Oh, oh, Bombe im Laster. Oh. Puh, wie in diesem Film mit der Bombe im Bus. Wie hieß der nochmal? Tempo? Superschnell? Nein, das war's nicht. Machen wir das mal Bombe. Okay. Oh, Mann. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ach, was? Muss man das noch zerstören? Boom, das Dynamit. Noch eine. Beeilung. Hätte besser sein können. Eins? Na ja. Welche wie gar nichts. Okay, mach mir die Drohne hier. Sonst sind wir auch fertig. Wird ihn abschließen, wird dann fertig. Oh, mach mir das mal fertig, mach ich noch schnell. Da ist die Drohne. Hab eine. Äh, hä, hä, hä. What? warum muss er zu niedrig fliegen weg jetzt und weg ich habe dich zehn sekunden jetzt kriege ich die drohne aber knapp eine perfektion hauptsache habt ihr durch ja hier lautlos hauswärter ich jetzt ja das machen wir noch hier mit dem zug schneller ich muss ja nicht jedes mal hin und her schwingen anowes in der nähe ist moment anziehe neu der iron spider eigentlich hat schon mal war ein befehlter ein paar marken nach angst das ist besser aber einen anderen anzug bitte komm kann machen ja genau da bin ich zu schnell die bomben könnten gleich hochgehen hier wäre geschafft ok noch eine aber ich kann es besser ja weiss mich gar nicht okay wenn du noch die drohne noch ein bisschen Echt, jetzt. Ohne. 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 Ow. Hä hä. Hau ab, Spider-Man, wir machen das. Hau ab, Spider-Man. Sicher doch, du harter Hund. Schießereien an Kontrollpunkten. Was ist aus dir geworden, New York? Hä. Bitte mal noch schlimmer. Alle Einheiten. 10.34. Dämonen schießen auf Polizei. Meldungen kommen bei der Lower East Side. Over. Auf besser, schaffen sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Ach komm schon. Das ist nicht wer. Naja. Ohne machen wir denn die nächste Drohne hier. Verfolgungsjagd. Da, ich seh sie! Wow, wie schnell gericht das Ding überhaupt! Sende Schluss! Wow. Ah. Komm schon. Hab dich! Die Drohne wird langsamer. Fast großartig. Das druck ich mir auf eine Visitenkarte. Okay. Das war's doch, oder? Ja. 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 Na gut. Dann gehen wir mal dahin. Ja. Ich hab' nichts. Ja. 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 Hach Torcu. Ja. Ja. Also bis rein. Ja. Ja. Sehroffrocken. ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020